Gerade hat mich die Technik ein bisschen geärgert und davor hatte ich einen Termin. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen, aber heute gibt es Ihnen nicht so wichtige, aber vielleicht ein paar interessante Dinge zu besprechen. Grüße Sie und Grüße Euch. Bevor wir beim Wetter einsteigen, ganz ganz kurz auch eine Besprechung in Sachen Fotos. Heute Morgen, ja, das war die Zugspitze mit dem Wetterstein und der Leusach. Und das Bild hier vom David ist ein absolutes perfektes Beispiel für Fotos. Auch der Herbert macht solche Fotos. Mit einem Wetterbezug, wir sehen den Himmel, wir sehen, wo das ist, Fragezeichen, wo ist das Ganze denn? Und dann auch noch Vordergrund. Vordergrund macht Bild gesund, heißt es ja so schön. Hochkant Fotos, Instagram, einfach nur mal so draufklicken, ist im TV-Bereich oder so nicht. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, wer dieses empfunden hat. Stellt Euch mal vor, wir würden Kinofilme hochkant machen. Das sitzt mir dann so davor. Nein, bitte erst mal quer und zweitens mal. Wenn irgendwo eine Wolke ist, die mag ja schön sein, aber ob sie jeden A interessiert und wenn Ihr die Wolke 20 Mal fotografiert und mir diese Fotos zuschickt und dazu schreibt, sucht Ihr das Schönste raus. Und ich bekomme solche Fotos oder solche Bilderserien manches Mal an manchen Tagen zwei, drei Dutzend Mal. Ich kann das nicht durchschauen. Das funktioniert nicht. Ein, maximal zwei Fotos in diesem Format mit einer solchen Hintergrund und einer solchen Art. Das ist absolut perfekt. Und wenn ich es nicht sofort nehme, irgendwann wird es sicherlich mal genommen. Dankeschön. Schauen wir mal ganz kurz zurück und zwar auf die vergangene Nacht. Da kamen die Windböen an. Von Südwest nach Nordost sind die über uns gezogen. Die hatten es zum Teil in sich. Mit Spitzenböen von über 100 Kilometer pro Stunde im Flachland. Dazu hat Wunsiedel gehört. Hier Eggersheim. Weinbiet ist ein Berg. Wasserkuppe ist ein Berg. Fichtelberg ist ein Berg. Würzburg, Stütten und Freiburg. Würzburg, da liegt die Wetterstation aber auch ein bisschen höher. Die ist nicht hier unten in der Stadt. Da hat es nicht unten in der Stadt über 100 Kilometer pro Stunde gegeben. Das waren die absoluten Spitzenböen. Und links, da steht noch die Zeit plus zwei Stunden drauf. Hier der Feldberg im Schwarzwald mit 158 Kilometer pro Stunde. Das ist kein Referenzwert für Deutschland. Bergwerte sind bei Stürmen immer in diesem Bereich. Wenn man da jetzt plakativ macht, 150 Stundenkilometer für Deutschland, dann hat man recht. Trotzdem ist es absoluter Blödsinn, weil es im Flachland nicht passiert ist. Genauso wie, wenn man im August sagt, Wintereinbruch und auf der Zugspitze gibt es drei Schneeflocken. Also, es war windig, das ist aber vorbei, das Thema. Gehen wir mal zu einem anderen Thema. Auch ganz interessant. Der Oktober wäre er jetzt vorbei. Also, die ersten neun Tage hätten im Vergleich zum langjährigen Mittel keine Abweichung. Das ist momentan deutschlandweit die Abweichung. Minus 0,1 Grad bezogen auf die ersten fünf Tage. Wenn man das allerdings alles warm reden möchte, dann bezieht man das auf den gesamten Monat der ersten neun Tage. Da sind wir bei einem Plus von zwei Grad. Klar, weil am Anfang des Monats ist es statistisch wärmer als am Ende des Monats. Das darf man allerdings nicht nehmen. Das wäre Irreführung, dass man dann sagt, wir sind momentan bei so und so viel Grad im Plus, sind den Rekorden nahe. Vielleicht ändert sich ja noch was die nächsten Tage. In Sachen Niederschlag haben wir zwei Drittel erreicht in den ersten neun Tagen. Das ist eine ganze Menge. Und in Sachen Sonnenschein gerade mal ein Fünftel. Schauen wir nach vorn, und zwar hier über ein Ensemble für Braunschweig. Auch das ist so interessant, was jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Wettertechnisch passiert jetzt nichts Großes. Aber synoptisch, was machen wir denn mit dieser Vorhersage? Rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Der grüne hier, das ist der sogenannte Hauptlauf. Wir sehen weit überdurchschnittliche Temperaturen, nachdem es am Anfang recht kühl war. Und wir sehen wenige Niederschläge. Da kriegen wir es also mit einer Hochdrucklage zu tun. Und jetzt kann man hergehen und sagen, oh, es ist 10 Grad zu warm. Jetzt wird es richtig warm. Der Oktober bringt nochmal Sommerwetter. Nein, nein, wir sind im Oktober. Und sowas bringt überhaupt kein Sommerwetter. Ganz im Gegenteil. Das wird eher kühler sein, als es hier angezeigt wird. Und das europäische ECMWF-Modell macht das Ganze ähnlich. Da sind zwar ein paar Niederschlagsignale mehr dabei als beim amerikanischen Modell. Das liegt aber unter anderem daran, dass da 20 Läufe mehr berechnet werden. Jetzt gehen wir mal auf die Wetterlage ein. Das ist der Hauptlauf des amerikanischen Wettermodells mit dem Hochkern über dem Baltikum. Dann haben wir hier eine Isobarendrängung. Da haben wir keine Südströmung am Boden, sondern eine Ostströmung. In der Höhe kommt sehr warme Luft herangezogen mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Im Osten hingegen über Osteuropa. Osteuropa beginnt übrigens hier, nicht hier. Polen ist Mitteleuropa. Da kommt relativ kühle Luft ran. Wenn wir einen Zeitschritt weitergehen, dann sehen wir auch wieder hier über dem Baltikum das Hochliegen. Bisschen Höhen, Tiefdruck über Mitteleuropa. Und genauso wie hier auf der iberischen Halbinsel Tiefdruck. Das heißt, da wird es ziemlich nass werden. Und in der Höhe bleibt es mild, wenn die Temperaturen auch ein bisschen zurückgehen. Gehen wir jetzt wieder zurück zum 18. nächste Woche Freitag. Das Mittel der Berechnungen. Da haben wir weiterhin hier das Hochliegen. Bei uns diese warme Strömung, über Westeuropa die kühlere Strömung und die Wärmeblase ist bei uns. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel haben wir mit die höchsten Abweichungen. Noch wärmer ist es verhältnismäßig in der Höhe über Skandinavien. Flankiert von zu kühler Witterung über der iberischen Halbinsel, übrigens auch über den Kanaren und über Osteuropa. Klassische Omega-Lage. Ein Zeitschritt weiter, 26. Oktober, das Hoch über West-Russland und Osteuropa, Mitteleuropa. Hier keine Isobarendrängung, das wenig Los und Temperaturen von um die 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Im Vergleich zum langjährigen Mittel ist das Pi mal Daumen alles im Schnitt. Jetzt machen wir noch was. Schauen auf die Niederschläge. Da sehen wir hier auch die Hochauswirkungen. Das, was bei uns gerechnet wird, ist das, was noch die kommenden Tage kommt. Und gleichzeitig die Tiefdruckauswirkungen im westlichen Mittelmeerraum und über Südwesteuropa, speziell über der iberischen Halbinsel. Da wird es ziemlich nass. Dann auch Richtung Schwarzes Meer und Türkei. Auch hier wird es nass, ebenso in Nordafrika. Bei uns nicht so. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Das nehme ich euch ein bisschen mit. Das ist die Dürre im Boden Karte im Oberboden für heute. Von uns ausgehend oder fast von uns ausgehend, über Polen, über das Baltikum bis nach Russland rein, ist es zu trocken. In etwas über einer Woche ist das hier nicht mehr der Fall. Das heißt, hier werden Niederschläge runterkommen. Meist in der Form logischerweise von Regen. Das heißt, der Boden wird nass. Dann kommt aber das Hoch da drauf. Und um dieses Hoch herum strömt ja die Luft im Uhrzeigersinn. Und die wird in der nächsten Woche losgehen, die Strömung, und dann uns Ostwind bringen. Und wenn es hier feuchter ist, wird sich um diese Jahreszeit Nebel bilden. Und der wird sich, wenn er sich auflöst, kommt trotzdem die feuchte Luft bei uns an. Das heißt, wir werden immer mehr Nebelneigung bekommen. Und wenn die Nebelneigung zunimmt, das ist in den Modellen nicht drin, dann haben wir keinen sonnigen Oktober, sondern einen nebligen Oktober. Oder am Vormittag Nebel. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Das deutsche Modell Icon ist jetzt eingetrudelt mit dem Abendlauf und zeigt auch hier über dem Baltikum das Hoch. Bei uns die Wärme, über der iberischen Halbinsel das Tief. Und über Russland, Tiefdruck und Osteuropa mit kühler Luft. Und das staffelt sich hier beginnend im östlichen Mitteleuropa zu uns rüber ziemlich ordentlich. Hier sind es um die 0 Grad, weiter östlich sogar noch minus 5 Grad. Und dann geht es rauf auf 15 Grad bei uns. Und wenn dieses Hoch hier liegt, kommt die Luftströmung in bodennahen Luftschichten aus Osten und Südosten. Das heißt, das kann nicht warm werden. Das ist die Temperatur in 1500 Meter Höhe gesumt auf Deutschland bis zu 16 Grad. Jetzt kann man sagen, oh, da rechnen wir 10 Grad drauf, das wird richtig schön warm. 20 bis 25 Grad örtlich mehr. Nein, keine Chance. 0,0 Chance auf Wärme. Zumindest nicht im Flachland verbreitet. Durch Föhneffekte kann es das am Nordrand und am Westrand der Berge geben. Und dann kommt ja noch diese feuchte Luft, bodennah herangezogen. Je wärmer es oben ist, desto höher ist die Chance und Neigung zu Nebel. Das heißt, die Temperaturen, die wir hier in 1500 Meter Höhe haben, sind bestenfalls, Pi mal Daumen, genau die Werte, die wir am Boden bekommen. Und nur am Westrand mancher Berge, Weserbergland, Sauerland, Teutoburger Wald, dann Bergisches Land, Siebengebirge beispielsweise, da kann es dann mal theoretisch, wenn das so kommt, Richtung 20 Grad gehen. Soweit das. Jetzt haben wir noch eine Sache und zwar zwei kühle Nächte. Einmal in der Nacht auf Samstag und einmal in der Nacht auf Montag mit Temperaturen in 2 Meter Höhe von wenig über 0 Grad. Das heißt, hier besteht verbreitet Bodenfrost, örtlich in Muldenlagen auch Luftfrostgefahr. Wenn ihr empfindliche Blümchen habt, die könnt ihr noch draußen lassen in der nächsten Woche, wenn der Ostwind weht, das wird nicht so kalt in der Nacht, tagsüber nicht so warm, das dümpelt so dahin, dann holt die rein oder schützt die ein bisschen. Wenn der Monsterorkan überlebt wurde, wenn alles jetzt überlebt wurde, das Septemberregengedöns und Schnee und was weiß ich nicht alles, wäre es zu schade, wenn die zwei Nächte vorzeitig irgendwas kaputt machen. Schönen Abend und bis morgen.